Solle, hallo hier nun, herzlich willkommen. Ich möchte dir heute zeigen, wie du dieses ganz, ganz einfache und super schöne Starterhaus baust. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch direkt an. So, wir beginnen mit dem linken Teil und dazu müssen wir als allererstes mal Birkenholzbretter nehmen. Wir fangen an, an einem Punkt, wo du willst. Du kannst natürlich auch anderes Holz nehmen, in der Farbe, die du möchtest. Wir nehmen jetzt hier Birkenholz. Wir fangen an und setzen und gucken, ob wir hier Platz haben. Jawohl, so. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben lang. Gehen jetzt hier hin. Den zählen wir nicht mit. Machen dann noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das wird die Grundfläche des linken Teils des Hauses. Wir machen mal ein bisschen Platz hier. Jetzt gehen wir einfach hin und machen hier einen Kasten drumrum. Was heißt ein Kasten drumrum? Wir machen einen Kasten draus. Die anderen Seiten verbinden wir so ganz normal damit, dass wir diese Grundfläche haben. Nun gehen wir hin, lassen hier einen frei und fangen hier an und machen die Seite hoch. Das ist jetzt gleich, was das Ganze gibt. Und immer einen kürzer, so, dass wir hier eine Treppe hinkriegen. So, den auch noch weglassen und hier. Das Ganze jetzt noch auf der anderen Seite. Hier auch einen freilassen. Auf da. Den freilassen. Immer einen mehr freilassen, so, dass wir hier diese Stufen hinkriegen. Und hier noch hin. Jetzt haben wir schon die Seiten. Das Ganze hier können wir jetzt erstmal komplett zumachen. So, jetzt haben wir praktisch schon das Grundgerüst des Hauses. Jetzt gehen wir hin und nehmen Schwarzeichenholztreppen. Habe ich hier genommen. Du kannst natürlich wieder die nehmen, die du möchtest. Und setzen die einfach erstmal hier so außenranden, dass wir jetzt das Dach machen können. So, wenn du das Dach so komplett zugemacht hast, gehen wir auf die andere Seite. Und machen hier jetzt noch einmal so andersrum. Auch wieder Treppen dran. Einfach, um das Ganze ein bisschen schöner zu kriegen. Setzen hier dann wieder eine drauf. Um dem Ganzen, wie gesagt, ein bisschen Tiefe zu geben. Das hier ist auch noch zu flach. Hier machen wir an die Seiten, an beide Seiten natürlich. Nicht so, sondern so. Hier auch immer schön nochmal was dran. Sodass das ein bisschen übersteht und nicht so schäbig aussieht. Sondern wirklich ein bisschen Tiefe kriegt. Andere Seite auch. Hier. So, so. Hier hin. Jede Bord immer verkehrt. Egal. So. Wunderbar. Jetzt haben wir das Ganze hier noch ein bisschen nach außen gepackt. Dass das schön aussieht. Und um dem Ganzen nochmal ein extra Pepp zu geben, machen wir jetzt von der anderen Seite nochmal so Treppenstufen andersrum drunter. Müssen wir noch ein bisschen rüberziehen. Genau. So, dass das Ganze rund abschließt hier. Machen wir hier unten auch. Sagen wir, wie wir rankommen. Da, hier, dort. So, jetzt ist die Seite hier schon fast fertig. Jetzt gehen wir hin und machen Fenster rein. Und zwar einmal hier so ein großes Vierer-Fenster. Und einmal auf der anderen Seite so ein großes Vierer-Fenster. Sehr schön sieht das aus. Sehr schön. So, für den zweiten rechten Teil machen wir jetzt folgendes. Gehen hier an die Kante. Eins, zwei, drei nach innen, einen nach oben. Eins, zwei, drei, vier. Und verbinden das Ganze so, dass wir hier schön Platz haben. So, jetzt gehen wir nochmal hin. Machen hier eins, zwei, drei, vier drauf. Andere Seite auch. Eins, zwei, drei, vier drauf. Und, äbbelti-bäbbelt, bauen das Ganze jetzt so hoch. Okay, hier das Ganze nochmal. So, das lassen wir frei. Denn hier machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Grünblock, ein bisschen Gras rein. Also, was schön aussieht. Hier könnte man dann vielleicht eine Dachterrasse oder so machen. Jetzt gehen wir hin und nehmen wieder unsere schwarzreichen Holztreppen. Machen hier eins, zwei, drei, vier, fünf so breit die Stufe hier hinten, dass das so schön mit dem Haus abschließt. Nochmal eine links und rechts drüber. Jetzt können wir wieder runter und machen die hier so wunderbar am Haus entlang. Bis ganz nach unten. So. Andere Seite genauso. Hier können wir schon so drumherum machen. Denn hier kommt ja wieder genau dasselbe hin. Nee, ich will das da hin machen. So, hier auch. So und so. Damit das natürlich gleich ist wie hier, machen wir das hier auch wieder drunter. So, und können das hier drin auch machen, dass das wirklich so alles komplett abschließt. Hier hin, hier hin. Haben wir das da jetzt richtig gemacht? Ja. Hier eine hin. Und hier eine hin. So. Ist das komplett abgeschlossen. Jetzt können wir hier wieder hingehen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Großes Fenster hin machen. So, dass das schick ist. Jetzt gehen wir hin. Klauen uns hier hinten mal so einen Stein. Nee. Ja. Den brauchen wir nämlich jetzt. Das Haus als solches ist jetzt fertig. Jetzt geht es natürlich darum, hier einzurichten. Das heißt, wir machen hier mal ein bisschen Platz so. Machen wir das Gras weg. Machen hier Steine hin. Du kannst natürlich hier hin machen, was immer du möchtest. Ich nehme Steine. Hier machen wir das auch weg. So. Jetzt brauchen wir eine Tür. Was für eine Tür nehmen wir? Wir nehmen, äh, nehmen wir mal eine Eichenholztür. Eine ganz normale. Den ganzen Käse können wir mal wegtun. Ups. Gehen von innen hin. Machen hier die Tür hin. Jetzt brauchen wir, nehmen wir mal Fichtenholzbretter für den Boden. Sehr schön. Und machen uns hier noch den Boden mit. Boden fertig. Als nächstes gehen wir hin und machen jetzt folgendes. Nehmen uns Birkenholztreppen. Tauschen die hier gegen die Schwarzeiche. Und machen von innen nochmal alles hell. Dass wirklich der Innenraum alles die gleiche Farbe hat. Sehr schön. Haus auch von innen. Wunderbar. Ausgebaut. Jetzt geht's ans Einrichten. Dafür holen wir uns erstmal eine Werkbank. Nehmen uns die Werkbank. Machen wir mal hier eine Werkbank hin. Hier eine Werkbank hin. Jetzt brauchen wir Truhen. Natürlich zum Verstauen. Für den Anfang. Da werden wir viele, viele Materialien sammeln. Machen eine große Truhe hin. Große Truhe hin. So. Jetzt brauchen wir ein Bett. Ganz easy. Alles wunderbar ausgerechnet natürlich. Ne hier. Alles extra so gemacht. Hier kommt das Bett hin. Jetzt könnten wir noch hingehen. Sagen einfach mal so. Hier das Ganze ein bisschen verschönern. Bitte schön. Hier könnten wir noch hingehen und folgendes machen. Die machen wir mal wieder weg. Einfach zur Verschönerung. Nehmen wir mal ein Bücherregal. Machen wir hier so Bücher hin. Zwei Stück. Bap, bap. Könnten wir auch wieder so die Falltüren drunter machen, dass es aussieht wie ein kleines Regal. Es ist schon wieder Scheißwetter hier. Wie immer. Gehen wir nicht mehr hin. Die gehen wir nicht mehr hin. Als nächstes brauchen wir folgendes. Und zwar einen Rüstungsständer. Denn wir werden ja wohl auch eine Rüstung haben. So. Können wir hier hinpacken. Glauben. Dann können wir eben schon mal hier natürlich alles in Diamanten. Weil wir sind ja, ne? Gleich. Weißt du Bescheid. So. Jetzt brauchen wir noch die Brust und den Helm kann hier rein. So. Helm. Brust. Glauben. Hier könnten wir jetzt noch hingehen. Und uns vielleicht mal. Nehmen wir mal Eichenholz. Hier nehmen Eichenholz. So. Gehen wir mal hier so hin. Den Block. Haben wir eine kleine Blume. Irgendwie einen Blumentopf oder so. Bestimmt irgendwo. Was ist das? Eine Pfingstrose. Nee. Keine Pfingstrose. Hier. Nehmen wir einfach mal so einen Blumentopf. Stellen den da hin. Bitteschön. Kann man da noch Blumen reintun. Jetzt fehlt natürlich noch der Ofen. Den brauchen wir ganz dringend. Deswegen nehmen wir den jetzt hier. Und packen den hier draußen hin. Können hier die Öfen brutzeln. Machen wir noch ein bisschen Licht mit einer Fackel. Und zwar einmal hier. Einmal hier. Können hier auch wieder so. Machen wir mal hier so eine Ablage dazwischen das Fenster. Lass das auch ganz schick aus. Wunderbar eingerichtet. Die Öfen zum Wurzeln. Hier können wir jetzt hingehen. Und uns noch so ein Wiki hinzimmern. Einfach so. Jetzt kann man das Ganze natürlich hier vorne noch ein bisschen verschönern. Mit Blumen. Und mit was auch immer du willst. Und so ist das Start daraus fertig. Wenn du noch nicht genug gesehen hast. Dann kannst du jetzt gerne eins der beiden Videos, die angezeigt werden, angucken. Und ansonsten sage ich wie immer. Ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede. Und jetzt bitte.